Telefonisch verbunden bin ich jetzt mit Michael Hubertus von Sprenger, der im Fall Böhmermann den türkischen Präsidenten Erdogan vertritt. Guten Tag. Guten Morgen. Herr Böhmermann hat ja bereits angekündigt, die Unterlassungserklärung nicht abzugeben. Wie geht es jetzt weiter? Es wird weitergehen durch gerichtliche Schritte. Herr Böhmermann hätte natürlich sagen können, ich will das nicht mehr in Zukunft sagen, aber offensichtlich hat er vor, es auch in Zukunft weiter zu sagen. Herr von Sprenger, hätte das denn auch gehießen, wenn es diese Unterlassungserklärung gegeben hätte, dass sowohl der türkische Präsident und Sie als ein rechtlicher Vertreter abgesehen hätten von einem Prozess? Von einem Zivilprozess, ja, wäre ja nicht nötig gewesen. Wir müssen unterscheiden zwischen einem Zivilprozess und von dem Strafverfahren, das ja im Übrigen von Amts wegen von der Staatsanwaltschaft betrieben wird. Nicht nur aufgrund einer Anregung des Präsidenten. Erklären Sie uns vielleicht ganz kurz nochmal eben diesen Unterschied, zivilrechtlich, stafrechtlich. Also zivilrechtlich ist die Frage, will ich das wieder sagen oder nicht. Wenn ich es nicht wieder sagen will, dann gebe ich auf Aufforderung eine Unterlassungserklärung ab. Die hat er nicht abgegeben. Das heißt, das ist ein Indiz dafür, dass er es wiederholen will. Warum er das wiederholen will, weiß ich nicht. Strafrechtlich ist eine ganz andere Frage. Strafrechtlich ist es eine Beleidigung. Die Beleidigung wird in diesem Fall, wenn die Ermächtigung der Bundesregierung vorliegt, von Amts wegen verfolgt. Wenn die Ermächtigung nicht vorliegt, wird sie aufgrund des Antrags des Präsidenten verfolgt. Wenn notwendig, so haben Sie gesagt, so werden Sie zitiert durch alle Instanzen. Was heißt das konkret? Das hängt davon ab, was Herr Bödermann macht. Will er irgendwann mal sagen, nein, es tut mir leid, ich will das nicht mehr sagen, dann ist die Instanz beendet. Sagen Sie ganz kurz noch mal was zu Ihrem Ziel als Vertreter des Herrn Erdogan und zum Ziel des Präsidenten selbst. Die Ziele sind identisch, da ich der Vertreter des Präsidenten bin. Das Ziel ist, dass er es nicht noch mal sagt. Das ist das zivilrechtliche Ziel. Das strafrechtliche Ziel ist, dass es strafrechtlich geahndet wird, wenn der Staatsanwalt darin eine Beleidigung sieht. Wenn aber jetzt die deutsche Gerichtsbarkeit entscheidet, nach Prüfung aller Fakten, dass weder zivilrechtlich noch strafrechtlich Handlungsbedarf besteht, dann wäre doch, ich sag mal, der Gesichtsverlust des Präsidenten ein noch viel größerer. Wenn dem so wäre, ja, aber wer sagt ihm, dass dem so ist? Das sagt mir natürlich keiner, aber die Wahrscheinlichkeit, ich sag mal, steht 50-50? Also die Wahrscheinlichkeit bei einer so offensichtlichen Beleidigung, die mit Sicherheit nicht in Satire einzuordnen ist, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ganz anders. Aber das sehen andere, die sich mit dem Fall auseinandergesetzt haben, durchaus auch anders. Es gibt durchaus Leute, die sagen, das sei Satire, aber da verkennen Sie das Wesen von Satire. Satire ist Überzeichnung eines tatsächlichen Vorgangs. Hier hingegen geht es um reine Verbal-Injulien mit einer Fäkalsprache, die ich nicht wiederholen möchte. Herr von Sprenger, sind Sie in Kenntnis, warum der Präsident zwei Wege beschritten hat, um die deutsche Gerichtsbarkeit zu bemühen in diesem Fall? Zum einen den hochoffiziellen Weg, der letztendlich ja auch die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, ich sag mal, in gewisser Weise unter Druck setzt und dann nochmal quasi den privaten Weg? Also den ersten Weg hat er nicht beschritten, sondern hat die Öffentlichkeit beschritten, indem sie eine Vielzahl von Strafanzeigen dem Staatsanwalt zugeleitet hat. Und der Staatsanwalt ist von Amtswiegen verpflichtet, dem nachzugehen. Das ist nicht Sache des Präsidenten. Und er hat dann, um zu erklären, ja auch ich persönlich bin daran interessiert, dass das bestraft wird. Da hat er dann noch die Strafanzeige erstattet. Hubertus von Sprenger war das, der Rechtsanwalt des türkischen Präsidenten Erdogan. Und ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr von Sprenger. Dankeschön. Bitte.